Ich weiß, dass Oma die Süßigkeiten irgendwo versteckt hat. Oh, die sind leer. Hey, was ist denn los? Ich will etwas essen. Hier, nimm das. Oh, genau, was ich wollte. Ahem. Keine Süßigkeiten vor dem Abendessen. Ich hab dir leckere Kartoffeln gemacht. Kartoffeln? Du brauchst etwas mit Aroma. Diese haben alles, was ein heranwachsendes Mädchen braucht. Toll, danke. Nein, du brauchst einen grünen Blattsalat. Ich hab Chips und Cola. Das ist großartig. Ich habe Obst und Gemüse. Es gibt so viele Möglichkeiten. Is meins. Nein, is meins. Halt, es gibt nur eine Lösung. Das beste Essen gewinnt. Ich werde der Richter sein. Hast du gerade Wörter aus deinen Händen erscheinen lassen? Was macht Lizzie da? Es ist Zeit für die erste Challenge. Los. Oh, Eiscreme. Ich dachte, es sei eine Challenge. Zu einfach. Ich komme immer gut vorbereitet. Aha, das wird nützlich sein. Was gibt es sonst noch? Schokoladenaufstrich? Meine Cola. Ich dachte, ich hätte mehr. Ich sollte besser fertig werden. Gluck. Ich hoffe, ich erinnere mich an mein Ninja-Training. Ich hab's immer noch drauf. Leer? Wo ist er hingegangen? Ist es vorbei? Ich hab doch gesagt. Warne mich, bevor du das tust. Das letzte Mal hatte ich ein blaues Auge. Du warst mir im Weg. Komm mir nie in den Weg. Dann mal los. Ich gieße den Schokoladenaufstrich in den oberen Teil der Flasche. Ich werde sie so drehen, dass sie schön gleichmäßig ist. Jetzt muss ich sie aushärten lassen. Das sieht großartig aus. Als nächstes brauche ich die Sahne. Ich fülle sie bis oben hin. Jetzt brauche ich noch ein paar Toppings. Leckere Heidelbeeren. Ich brauche etwas Obst. Ich bin stolz auf das hier. Was denkst du, Schatz? Sieht gut aus. Wo ist deins, Liam? Sieh dir das an. Zuerst brauche ich eine Eistüte. Und jetzt zum guten Teil. Sieht gut aus, oder? Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Los geht's mit dem Schaufeln. Perfekt. Was denkst du? Wow, Liam. Die sieht toll aus. Ich füge noch mehr hinzu. Man kann nicht genug Eiscreme haben. Toll, oder? Ich liebe sie. Wahnsinn. Das habe ich auch gedacht. Dafür bekommst du eine weitere Portion. Jetzt wird es knifflig. Ich bin noch nicht fertig. Da fehlen noch ein paar Streusel. Das sieht erstaunlich aus. Und fertig. Ups. Du hast das nicht gesehen, oder? Nun, das ist enttäuschend. Ha, guter Versuch, Loser. Tut mir leid, Liam. Oma gewinnt. Gut gemacht. Hast du das gehört? Ich hab gewonnen. Oh, zeichnen macht Spaß. Was macht sie da? Ich kann nicht sehen. Ähm, Lizzie. Fertig. Du musst mir einen Burger machen. Toll. Ich fang jetzt besser an. Ich hab all meine Zutaten. Nur das Beste für meine Lizzie. Lass uns diesen Burger bauen. Ich beginne mit dem Bratling. Und eine Tomate, Käse und Schinken. Und noch einen Bratling. Es wird ein Turm werden. Wow, das sieht lecker aus. Alles geht rein. Und schließlich mehr Käse. Naja, ich brauche nur diesen einen. Aua, zum Glück bin ich nicht laktoseintolerant. Zum Schluss das Brötchen. Ganz ruhig. Es ist ein Meisterwerk. Das ist meine beste Kreation. Ich glaube, ich bin verliebt. Aber wie kann ich das übertreffen? Moment. Oh, das Pop-It. Fang. Danke. Das ist perfekt. Ich habe den Pop-It und eine Schale mit Gummibärchen. Ich werde die Gummibärchen schmelzen lassen. Und gieße sie in den Brötchenteil des Pop-It. Nun zu den anderen Abschnitten. Dann lasse ich es aushärten. Ich denke, es ist fertig. Ich entferne es vorsichtig aus dem Pop-It. Großartig. Ich brauche das nicht mehr. Jetzt brauche ich noch Pommes. Ich will sie nicht kaputt machen. Sieht gut aus. Ich kann sie in diesen Karton legen. Und fertig. Ich finde, das sieht gut aus. Was denkst du, Schatz? Ich hoffe, du hast Hunger. Sind das Süßigkeiten? Das ist schwierig. Es ist ein Unentschieden. Gut gemacht. Das scheint fair. Lass uns essen. Die nächste Challenge. Ein Sandwich. Oh ja, ich kann das. Ich brauche diesen Toaster. Oh, gute Idee. Ich nehme ihn. Ohne Brot gibt es kein Sandwich. Hä? Wo ist denn mein Toaster? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Psst. Meine Lippen sind versiegelt. Egal, ich habe das hier. Damit ist das Problem gelöst. Das ist genau wie beim Bügeln meiner Hemden. Ich verbrenne sie auch. Ich möchte auf jeder Brotscheibe Markierungen anbringen. Dann lege ich sie aus. Lizzie mag Einhörner. Sieht wunderbar aus. Jetzt muss ich es ausmalen. Dieser Zuckerguss ist genau das Richtige. Ich fühle mich so künstlerisch. Ich genieße das hier. Das macht Spaß. Ich werde verschiedene Farben für verschiedene Abschnitte verwenden. Es beginnt sich etwas zu bilden. Ziemlich beeindruckend, oder? Ich denke schon, ja. Aber halt, bis du das hier siehst. Ich brauche ein paar Sachen. Oh, ich habe eine Idee. Lizzie, sei still. Ja, natürlich. Okay, Zeit für ein Sandwich. Äh, wo sind meine Messer? Hat sie sie genommen? Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß gar nichts. Du bist so unreif, Oma. Schon gut, ich habe diese Spritze. Ich muss nur das Ende abschneiden, etwa so. Schau mal her. Ich schiebe sie ins Brot und schneide einen Kreis aus. Ich werde mit den anderen Zutaten das Gleiche tun. Sie werden alle gleich groß sein. Ich habe hier ein Fließband am Laufen. Jetzt stecke ich einen Spieß in das Sandwich. Drücke dann den Kolben der Spritze. Das Sandwich kommt sofort raus. Ich brauche mehr davon. Oh, das sollte reichen. Nicht schlecht, ganz und gar nicht schlecht. Wow, sie sehen beide gut aus. Aber die von Oma ist die beste. Juchu, super Oma, super Oma. Ich meine, danke Lizzie. Ich frage mich, was als nächstes ansteht. Das wirst du gleich herausfinden. Ich will etwas Zauberhaftes. Dies wird schwierig sein. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Jetzt ist meine Zeit zu strahlen. Gefällt dir der umhanggnedige Frau? Er ist sehr schneidig, Liam. Du solltest meinen Zauberstab nicht vergessen. Beeindruckt. Wow. Wow. Lass die Show beginnen. Das verdient eine Runde Applaus. Erstaunlich. Was ist das? Wow. Schau weiter. Abracadabra. Und jetzt haben wir Schokolade. Unglaublich. Es sieht sehr lecker aus. Ich liebe Schokolade. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe diesen leckeren Teller mit Süßigkeiten. Und die stehen kurz vor einer magischen Verwandlung. Nun, sie werden mit Schokolade überzogen. So oder so, die werden lecker sein. Sieh es dir einfach an. Gibt es etwas Besseres als das hier? Jetzt zum Rest. Du wirst sie lieben. Süßigkeiten und Schokolade. Lecker. Sieh es dir einfach an. Das ist die letzte. Das war's. Das war's? Das ist alles, was du kannst. Beobachte und lerne. Ich habe einen schönen, knackigen Apfel. Warte mal. Das ist besser. Jetzt siehst du den Apfel. Das ist der coole Part. Verstehen Sie das? Weil es so kalt ist. Der Apfel ist gefroren. Wie hast du das geschafft? Ich kann meine Geheimnisse nicht verraten. Jetzt brauche ich meinen Haartrockner. Er beginnt zu tauen. Das sollte genügen. Drücken wir mal drauf. Komm schon. Ich trainiere jeden Tag. Das sollte einfach sein. Das ist schon besser. Das sind die letzten Tropfen. Frischer Apfelsalat. Erinnere mich daran, dich nicht zu ärgern. Da fehlt ein Strohhalm. Wir sind fertig, Lizzie. Ich hoffe, es gefällt dir. Einfache Entscheidung. Liam gewinnt diese Runde. Toll. Hast du das gehört? Du hast dein Bestes gegeben, Oma. Danke, Liam. Die riechen gut. Ich verdiene eine Belohnung. Guten Appetit. Ich werde etwas Saft trinken. Was ist da drunter? Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Oh, ist das Teig? Halt dich fest. Ich will, dass du das machst. Ich liebe es. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Ich bin auf meinem Gebiet. Ich beginne damit, den Teig zu kneten. Okay, das kann ich machen. Igitt, es ist matschig. Etwa so? Äh, Oma, da stimmt doch was nicht. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Versuch's weiter, Schatz. Das sieht gut aus. Jetzt schneide ich ihn in Abschnitte. Komm schon, Liam, weiter so. Ich versuche es ja. Weißt du, ich sollte anfangen, Schach zu spielen. Wow, Oma ist ein Genie. Ich weiß, das höre ich oft. Die Stücke brauchen einen Anstrich. Wow, so bunt. Ha, was ist das? Hör auf zu lachen, Oma. Wenn man die Augen zusammenkneift, sehen sie aus wie Schachfiguren. Ha, ich weiß. Ich muss online einkaufen. Ah, perfekt. Danke. Das muss reichen. Ich habe es versucht. Ich werde sie hier aufstellen. Tut mir leid, Lizzie. Ich möchte, dass ihr gegeneinander spielt. Oh, okay. Lass uns das Schachbrett vorbereiten. Das macht mehr Spaß, als sie zu backen. Ich fange an. Du bist dran, Oma. Lass mich nachdenken. Ich dachte, du würdest das tun. Du bist in meine Falle getappt. Ach, so ist das also. Gut gemacht. Jetzt wird's ernst. Sieh dir das an. Die nehme ich. Als würde man einem Baby Süßigkeiten wegnehmen. Oh nein, was werde ich tun? Schau mal her. Hab ich dich. Das war Arbeit mit Hunger. Gut gespielt. Das ist Pech, Oma. Liam gewinnt. Ich bin einfach zu gut. Ich werde mich rächen. Welches Gericht war dein Favorit? Schreib es uns in die Kommentare unten. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren.